moin liebe leute heute wollen wir mal über das thema fans reden beziehungsweise das gefälle zwischen einem star und den fans beziehungsweise einem künstler und den fans einem act welcher auch immer und den fans ich habe im laufe meines lebens weil ich mich natürlich schon sehr früh mit musik beschäftigt habe und auch so meine meine ader dafür sehr früh entdeckt habe auf beiden seiten dieser fanbase wiedergefunden als ich klein war war ich natürlich eher der fan und ich habe am anfang sogar viel mehr wert darauf gelegt was jetzt der der act oder die band oder der künstler den ich mir so reingezogen habe leistet und bringt also was trommelt der trommler da und wie sind die sounds und ich habe damals überhaupt noch nicht auf texte gehört aber ein ganzes gefüge von was die machen spricht mich an und das ganze drumherum ist ziemlich cool und so wurde ich halt irgendwie fan und habe mit frühen jahren schon so was wie rory gallifer gehört ich kannte cream ich kannte jess mutil also bin wirklich so in diese diese rock und prog rock schiene damit bin ich so anfänglich groß geworden als ich denn in das jugendalter kam sind zwei sachen gleichzeitig passiert zuerst kam neue deutsche welle und da hörte ich ein viel radio bravo gelesen mit den klassenkameraden diskutiert und das wusste ich damals natürlich noch nicht aber da greift ja diese business komponente schon sehr 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 stark also hier bist du als künstler und hier sind die plattenfirmen die medien die das pushen die promotion agenturen die manager die konzertveranstalter die alle aus diesem hier möglichst viel geld kitzeln wollen und ich deswegen besonders als jugendlicher natürlich auch manipulieren über ihre formate es war völlig klar dass man neue deutsche welle hörte und ich stehe da auch zu da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig jemand aus den keine ahnung mit der 80er jahrgängen wird natürlich sehr viel boygroup sich angehört haben mit der ende der 90er das ist eben so dass es gehört das ist ein meilenstein im leben das kann sich rückgängig machen kann man zu stehen ich behaupte mal ich war damals schon in der lage die besseren acts von den nicht so guten acts zu unterscheiden also das was ideal oder spliff gemacht haben ist natürlich überhaupt nicht mit sommersprossen von ukw zu vergleichen das war mir damals nicht bewusst aber geahnt habe ich das irgendwie schon egal dann kam natürlich nena dann kam madonna und ach so nena falls du das hier hörst hör mal ich habe dir mit 13 oder so kochend heißen liebesbrief geschrieben und ich war immer noch auf antwort was ist denn jetzt sag mal an so mal nebenbei und ich war natürlich zu der zeit auch ein bisschen klar dann waren das auch noch frauen und man war jugendlich und so weiter und da geht etwas los eine projektionsfläche geht los ich sehe etwas in diesem act was aller höchst wahrscheinlich gar nicht da ist denn auch nena und madonna und alle anderen auch schauspieler und sportler und hast du nicht gesehen sind am ende menschen mit einer bestimmten art von humor mit irgendwelchen stress mit irgendwelchen problemen freuden eigenarten sonst wie aber das sind halt menschen wie du und ich und als ich denn die perspektive wechseln konnte das war bei meiner zeit bei torfrock natürlich ganz stark ausgeprägt da ging es natürlich nicht um mich die leute sind nicht meinetwegen zu torfrock gegangen sondern wegen klaus büchner aber ich konnte aus der distanz natürlich beobachten wie da auch die fans klaus anhimmeln und mit ihm umgehen und da ist mir das erste mal so klar geworden dass vielleicht so eine bestimmte distanz auch ganz gut ist denn in dem moment wo du dich mit einem künstler als menschen auseinandersetzen kannst kannst du natürlich auch viel dichter kommen und der künstler kann dich auch viel dichter dran lassen ich habe eine super lustige schute erlebt da war ich als techniker unterwegs für eine schlager promotion für uwe busse war das glaube ich das ist jemand der sehr viel für die schlage schlage leute schreibt aber auch ab und an selber auftritt wir haben eine promotion tour gemacht und mein job war halt nur für die technik zu sorgen und nach dieser promotion tour gab es halt immer eine autogrammstunde und da konnte ich halt sehen dass in der schlange da stand halt irgendwie auch so eine junge dame und die wirkte auch sichtlich nervös und kam halt immer näher und als sie dann dran war und dem uwe busse auf dem also auf der anderen seite des tisches gegenüber stand und er die cd unterzeichnete da starrte sie ihn so an meinte herr busse ich liebe sie und er hat das souverän weggekontert indem er einfach ganz locker meinte das kann ja gar nicht sein sie kennen mich ja noch gar nicht oder sie kennen mich ja gar nicht und kommen sie mal runter ich bin auch noch ganz normaler typ und da wurde diese chancenlosigkeit die sich die dame in dem moment selber gebaut hat ganz 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 deutlich in einer allumfassenden tragik wäre sie ihm viel neutraler ruhiger entspannter und authentischer begegnet da hätte ja möglicherweise sonst was daraus passieren können aber auf die art und weise ist natürlich sofort eine mauer hochgezogen die sämtlichen weiteren schritte von vornherein komplett unterbindet also überlegt euch das wenn ihr als fans mal chancen habt eurem act hautnah zu begegnen weil er vielleicht nach dem konzert irgendwie auch backstage für euch erreichbar ist oder am merchandising stand steht oder so benehmt euch einfach dann habt ihr die größten chancen dass das auch ein bisschen dichter wird wir haben auf diese art und weise natürlich auch viele sehr coole typen kennengelernt die zum beispiel im fall von magic of santana die uns dann eben auch regelmäßig begleitet die uns auch helfen die oder geholfen haben ich bin in der band ja nicht mehr dabei und die uns auch den rücken frei halten und eine art schnittstelle bilden können nach außen das ist total wertvoll aber die haben es natürlich auch nicht dadurch geschafft dass sie zu uns gekommen sind gesagt ihr seid die geilsten typen der welt ich vergehe sondern benehmt euch da einfach ich weiß dass ein künstler die fans braucht und ein fan braucht natürlich auch den künstler sonst ist dieses gefälle ja gar nicht möglich ich hoffe trotzdem sehr dass es mir gelingt überwiegend überhaupt mal fans zu bekommen davon mal ganz ab die wirklich schätzen können was ich als künstler an songs mache ich hoffe dass ich viele leute erreiche die von meinen songs berührt sind und die deswegen gerne auf meine konzerte kommen die corona zeit lockert sich ja es geht jetzt langsam wieder los und das finde ich auch gut ich bin total heiß drauf meine sachen zu präsentieren und ich fange jetzt erst mal an die songs sich in der pipeline habe jetzt vernünftig auszuproduzieren und werde euch auch darüber berichten und wenn ihr wollt könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben was ihr so für erlebnisse in diesem gefüge von fan und act oder star hattet sowohl von der seite als fan als auch von der seite als künstler vielleicht würde mich mal interessieren da gibt es bestimmt eine menge schoten in diesem sinne auf eine schöne zeit und macht's gut wir sehen uns beim nächsten mal